hallo ihr lieben willkommen zu einem neuen video zu einer neuen bank gehört natürlich auch ein neues backenfutter ich habe mir das nova titan 3 bestellt ich habe selber live noch nicht gesehen wir packen jetzt einfach mal zusammen aus okay das ist ein anderes kaliber als das alte futter so 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 kinderleicht zu montieren ist es auf der bank im einsatz werdet ihr das in den nächsten videos sehen das war's für heute und das video ich freue mich dass ihr mit dabei wart vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren so 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 Untertitelung des ZDF, 2020